Dein Baby zeigt deutliche Bauchschmerzzeichen und du möchtest ihm gerne helfen. Bleib geduldig, biete ihm Hautkontakt an, diese Phase geht auch vorbei. Bauchschmerzen gehören am Anfang mit dazu. Du möchtest ihm aber gerne mehr helfen, dann achte doch bei der nächsten Flaschenmahlzeit darauf, dass das Bäuerchen gemacht wird oder beim Stillen auf eine korrekte Anlegetechnik, damit das Baby nicht zu viel Luft mitdringt. Du kannst ihm auch noch helfen, indem du wärmende Kompressen auf den Bauch legst oder den Bauch im Uhrzeigersinn massierst. Auch das Fahrradfahren mit den Beinchen auf dem Wickeltisch kann helfen. Falls dein Baby eventuell Verspannungen hat von der Geburt, hilft deinem Osteopathen-Termin. Viel hilft nicht viel, also bleib ruhig bei einer Maßnahme. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.